So Leute, wir sind hier bei einem netten kleinen neuen Projekt. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ihr kennt meine Kollegen hier mittlerweile schon. Stell dich doch noch mal vor, auch wenn sie dich schon kennen. Ja, hallo. Ja, wie Jan schon sagt, ich bin schon bei einem neuen Displays dabei gewesen. Ich heiße Kenji. Ja, wir spielen heute Project Nomads, ein relativ altes Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es hier ist, dass ich das das erste Mal gespielt habe. Da könnte ich noch in der Grundschule gewesen sein. Also das fällt jetzt schon in die Kategorie uralt. Wir spielen hier auf jeden Fall den Singleplayer-Modus. Also der einzige der Spiel bin hier ich. Der Kenji schaut heute nur zu und kommentiert wie immer mit, wie er es halt sonst immer macht. Und wir starten ein neues Spiel. So, jetzt ist die Frage, mit wem spielen wir denn? Goliath, John oder Susi? Ich persönlich komme mit Susi am besten zurecht. Hm. Was haben die Einzelnen so für Besonderheiten? Also, Goliath steht mehr auf etwas dickere Waffen, die etwas langsamer schießen dafür. John hat die schnellsten Waffen und auch die schnellsten Flugzeuge. Susi ist da mehr so ein Mittelding. Sie hat aber insgesamt die kleinsten Gebäude. Wenn ich aber die ersten klarkomme in meinen kleinen Gebäude lassen sich schwerer treffen. Oh, okay. Außerdem hat sie die besten Flugzeuge, finde ich. Aber nein, aber auch Susi. Okay, spüren mit Susi. In the chaos of war, the world was split asunder and the ancient civilization of the master builders came to an end. Today, long after the catastrophe, the old world is but a legend. Those few who survived settled on the drifting ruins of the planet that wander slowly through the endless sea of clouds. They are nomads. Restless adventurers seeking their fate. They came from the grey market. Three friends. Nomads, adventurers. Susi, Goliath and John. They were far and away the best when it came to difficult missions. The old cutthroat Trevane had told them of a mysterious island in the territory of the Sentinels. Heavily guarded and extremely dangerous. However, rich rewards beckoned. A cache of master builders' artifacts. With this, the three adventurers would be comfortable for the rest of their days. Although Trevane would, of course, take his usual cut of the haul. All went according to plan until suddenly, a wing of fighters emerged from the clouds. They didn't stand a chance. Two of the friends were captured immediately by the Sentinels. One was left for dead when his aircraft, followed by the fighter wing, crashed into the rocks of a lonely island. So. After this slightly longer attack, we can't move on. Indeed. So, we have hit here on a small island. Oops. I think it's... Now I have clicked out of the game. A small, lonely island. Exactly. What happened? Who woke me up? You? I am very grateful to you, Nomad. Long ago, I was incarcerated here by the Sentinels. And last, I am free again. In return, I shall reward you richly. Follow me. So. I will hope that I will not make my eyes out again. I do not even know what to do here. Because I have just made a wonderful time. Auf jeden Fall kriegen wir hier jetzt unsere schöne Insel. This is your Lighthouse. If it is destroyed, you are lost. These are the magic artifacts of the Master Builders. Crystals hold the knowledge of the Ancients. Nothing in the world is more precious. Use them wisely and with forethought. When you pick up an Artifact, it is stored in your belt. There is room in your belt for three Artifacts. Walk over an Artifact to pick it up. I see now more or less the little tutorial here. We already have our Lighthouse. Very good. This Artifact creates a Watchtower. Activate the Artifact. Unleash its dormant powers. So, we have the first one. This is a Watchtower. This is a Watchtower, which we can only build here. The Watchtower, which we know is the next one, is the end of our mission. Very good. Use the Watchtower to move your island. In the Watchtower you can choose navigation points and head for them. If the Watchtower is empty, we can't move our island anymore. The Watchtower is empty. 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 Jetzt fassen wir unsere komplette Energie aus, um ihn zu bauen. Wir sind die Attacken! » « » « » « » Ich kann mich nur so weit bewegen, wie ich Navigationspunkte hab. Sehr gut. Hier ist ein Reward für dich. Destroy your enemies' buildings to capture new Artefacts. Remember, all your weapons and vehicles are at your direct disposal. Now it is time. Off we go to the Grey Market. We have a lot to do, Nomad. You can fit further equipment to your island at the Grey Market. The Grey Market. Trevain, an old Nomad, had settled down there after his many travels. Since then, he'd made a living out of trading artefacts. For the right price, one could get everything there. Or lose everything. However, the once bustling market was now a sorry sight. Gloomy and bare. Gloomy and shore Du, was hast du getan? Die Sentinels haben eine Blockade über den Markt gelegt, und sind bereit zu attackieren. Wir haben keine Chance gegen die Sentinels'hälfte. Wir sind fertig. Das ist alles deine Falt, du wretched... ...Master Builder? Grüß, Noble Sir. Es ist lange, seit ich einen von deinen Guilden gesehen habe. Ich würde dir helfen, aber die Sentinels... Wir helfen dir, Trelein. Wir werden die Macht der Sentinels brechen. Es gibt nur eine Lösung. Die Macht der Sentinels muss werden. Du musst sie mit ihren Leaderen, Seraphim, und zerstören seinen Citadel. Mit meiner Hilfe, du kannst in freien deine Freunde von Seraphim's klutzen. Danke, Noble Sir. Wir sprechen über die Pavement später. Ha, 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 ha! Du bist komplett auf deinem eigenen Weg. Du bist komplett auf deinem eigenen Weg. Niemand weiß, was dich in der Piraten-Ravine erwartet. Gehe die Macht der Artifaktionen wunderschön und mit Vor-Thoughts, Nomad. Dann wirst du erzielen. Gut, Nomad. Ich werde dich hier warten. Ich werde dich hier warten. So, und jetzt dürfen wir uns hier auf der Institution noch ein paar Artefakte aufsammeln. Ich habe momentan schon keinen Platz mehr für Artefakte in meinem Gürtel. Und genau hier bin ich jetzt erst... Die Artifakt-Presse ist benutzt, um Artefakte zu erhöhen. Unförtlich sind alle Kombinationen verloren. So, hier können wir nämlich jetzt eine 1er-Kanone und eine weitere 1er-Kanone hier reinstecken. Und die 2er-Kanone. Die ist schon wesentlich besser als eine 1er-Kanone. So, die Route hier nehme ich erst später mit. Ich hole mir erst noch was anderes. Hier haben wir nämlich erst mal das Jetpack. Jetzt können wir fliegen. So. Hey, Fliege! Hier ist nämlich ein Silo. So, jetzt bauen wir erst mal ein bisschen was auf unserer Insel auf. Was ich da als allererstes eingesammelt habe, das war ein Kraftwerk. Das Kraftwerk führt uns immer schön langsam und stetig mit Energieversorgung, so dass wir keine Energiefsphären mehr einsammeln müssen, um ständig neue Gebäude bauen zu können. Die 2er-Kanone ist insofern besser als die 1er-Kanone, weil die schon automatisch schießen kann, ohne dass ich selber Kontrolle darüber übernehmen muss. Ich kann natürlich selber noch eine Frage übernehmen, weil die schießen wir auf relativ kurze Distanz. So. Wie sehen Sie, glaube ich, die Unternehmen auch noch mit? Ähm, ja. Es gibt einen Unterschied zwischen blauen und roten Artefakten insofern, wenn man blaue Artefakte findet und das Gebäude kaputt gehen. Die kann man dann wieder aufbauen, weil das Artefakt zurückbleibt. Wenn ein rotes Gebäude kaputt geht, bleibt kein Artefakt zurück. Das heißt, die blauen sind wesentlich wertvoller als die roten. So, ich glaube, hier können wir schon nichts mehr einsammeln. Das war ziemlich alles, was man beim ersten Versuch vom Grauen Markt so mitnehmen kann. Ich fliege jetzt trotzdem hier nochmal ein bisschen rum, wenn ich nicht allzu stark gegen irgendwelche Felsen wieder fliege. Okay. Er erwähnt ja irgendwas von einem Flugzeughangar. Kriegen wir später erst. Okay. Und dann müssen wir mit unserer ein-, zweier Kanten rauskommen. Vielleicht viel mehr kriegen wir hier nicht. Jetzt sind wir auch hier aufgeschlafen. D-5s内uts aus. D-5s内uts D-5ckes